Hi, ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Jetzt denkst du dir vielleicht schon wieder so ein komischer Podcast über positives Hundetraining und wir haben ja schon so, so viele Podcasts, aber ich bin der Meinung, es gibt niemals genügend Podcasts zum Thema positives Hundetraining. Und hier wird es nicht nur über positives Hundetraining gehen, sondern ganz speziell über das Thema Hundegruppen, Mehrhundehaltung, Dogwalking und Hundebetreuung, denn dafür bin ich deine Expertin. Mein Name ist Anne Rosengrün, ich lebe und arbeite in Nürnberg und ich werde diesen Podcast für dich machen, damit du noch mehr Infos dazu bekommst, wie man freundlich, fair und mit Belohnung mit einer Hundegruppe umgeht. Ich selber habe zwei Hunde mittlerweile nur noch, zwei sehr spezielle Hunde. Mein einer Hund, das ist der Pieps, der ist mittlerweile über zwölf Jahre alt und hat leider Gottes sehr viele Krankheiten, die ihn aber nicht so schädigen, sag ich mal, dass er sehr unaktiv ist, sondern er bekommt für alle Krankheiten Medikamente, aber es braucht eben eine gute medizinische Versorgung. Und was hat er alles für Krankheiten? Er hat angefangen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, Arthrosen, HD, Arthrosen eigentlich in allen Gelenken, HD in der Hüfte und das geht weiter zu einer Fettleberstörung, die er ihn vor sechs oder sieben Jahren in die Tierklinik gebracht hat. Und diese Fettleberstörung führt immer wieder zu Pankreatitis und im Endeffekt jetzt zu einer Diabetes. Das heißt, seit 2003 bekommt er Insulin zweimal gespritzt und wir mussten unser Leben doch ganz schön umstellen. Ansonsten ist Pieps ein sehr optimistischer, lebensfroher Hund. Seinen Namen verdankt er seinem Einsatz, seiner Stimme, was er sehr, sehr gerne macht. Ansonsten, er fährt sehr gut Autos, er ist gut verträglich, er ist vom Jagen abrufbar, er kann sehr gut in einer Hundegruppe leben und mit ihm habe ich einen wunderbaren Begleiter. Er läuft jede Dogwalking-Runde mit und begleitet mich immer, wenn ich arbeite. Mein zweiter Hund heißt Odi und ist eine Mischung aus Podenko, Jack Russell und Zeta. Dieser Hund ist doch sehr, sehr speziell. In den letzten drei Jahren habe ich sehr viel mit ihm geschafft, aber trotzdem bin ich noch nicht am Ziel. Odi wäre am liebsten Einzelhund und möchte nicht unbedingt in der Gruppe leben, beziehungsweise nur mit sehr ausgewählten Hunden. Daher nehme ich ihn nicht in meiner Hundegruppe mit und es wird in diesen Folgen dadurch auch immer wieder darum gehen, was ihr mit eurem einzelnen Hund trainieren könnt. Denn natürlich ist es so, wenn wir mit einer Hundegruppe unterwegs sind, klappt das nur, wenn wir wissen, wie wir mit dem einzelnen Hund umgehen. Odi ist speziell, weil er sehr viel exzessives Jagdverhalten zeigt, weil er sich sehr schlecht auf Belohnungen einlassen kann. Belohnung in Form von Futter, Spielzeug ist immer noch sehr schwierig. Mittlerweile klappt Futter immer besser als Spielzeug, aber Jagen ist immer noch ganz hoch im Kurs und es gibt immer wieder Zeiten, da ist es so, dass er tatsächlich im Garten beispielsweise stundenlang nach Mäusen sucht und ich ihn dann ein Stück weit zwingen muss, im Wohnzimmer auf seinem Platz zur Ruhe zu kommen. Zu Odi wird es eine Extra-Folge geben, denn ich habe mit ihm schon eben sehr viel gemacht, ich habe sehr viel verändert und das werde ich euch eben noch aufnehmen. Ich bin 37 Jahre alt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Ich nehme sie jetzt am 9. Juni auf und morgen habe ich Geburtstag, dann werde ich eben 37 Jahre alt. Ich habe mich schon 2006 selbstständig gemacht, mit gerade mal 20 Jahren und ich bereue es keinen Tag. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich schon einige Jahre mit Klicker gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen kleinen Mischlingshund, er hieß Senni und Senni ist der Namensgeber von meinem Unternehmen Sennis Hundeservice. S-A-N-N-Y, wenn ihr das bei Google eingebt oder meinen Namen, findet ihr ganz viele Infos zu mir. Was soll ich zu mir sagen? Ich bin ein lebensfroher, aktiver Mensch. Ich habe ein paar Kilos zu viel auf den Rippen, die ich gerne noch loswerden würde und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren wieder hinbekomme. Ich war eine Zeit lang sehr, sehr viel dicker. Ich war dann eine kurze Zeit deutlich schlanker, als ich es jetzt bin. Und seit zwei Monaten bin ich wieder auf dem Weg, diese Kilos zu verlieren, weil es mir doch sehr, sehr viel Lebensfreude und Aktivität einfach zurückgibt. Denn ich gehe gerne wandern und ich gehe gerne hochwandern. Hier begleitet mich dann immer Odi und Pieps bleibt zu Hause, denn er schafft es einfach nicht mehr, wenn ich in den Alpen unterwegs bin. Und das ist halt schon cool, wenn man nicht ganz so viele Kilos auf den Rippen hat. Angefangen hat alles bei mir mit einer Dobermann-Hündin 1997. 1997 ist sie bei mir eingezogen bzw. noch bei meiner Familie und ich fand keinen Bezug zu ihr, bis ich das Buch von der Birgit Lasa, Klickertraining inklusive einem Klicker, geschenkt bekommen habe. Das führte dazu, dass ich mich viel mehr mit dem Thema Hund auseinandergesetzt habe. Und ich war, und ich bin es auch noch, nur nicht so stark, ich war sehr introvertiert, sehr schüchtern. Und Menschen, fand ich, war einfach nicht so meins. Es hat sich über die Jahre dann einfach das Hundethema immer weiterentwickelt. Und ich habe gemerkt, wie gut ich mit Hunden konnte, wie gut die Hunde auf den Klicker, auf die Leckerlis reagiert haben, auch außen. Ich habe dann den Klicker mit rausgenommen. Zu der Zeit habe ich den Klicker als Schülerin eben noch ganz viel um den Hals getragen. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mich glücklich gemacht. Und ich habe gedacht, naja, das wird in Amerika gemacht. Warum kann man das nicht in Deutschland machen? Ich war eben jung und habe mir gedacht, okay, mehr schiefgehen kann es ja nicht, also probiere ich es aus. Das war der erste Schritt in die Selbstständigkeit und meine Eltern waren gar nicht begeistert. Ich habe mich trotzdem nicht davon abbringen lassen. Ich habe gesagt, ja, okay, ich probiere das jetzt drei Jahre oder vielleicht auch fünf Jahre. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch mein Abitur nachmachen. Ich kann eine Ausbildung machen, wobei ich mich nie hinter einem Schreibtisch gesehen habe. Und was mache ich jetzt? Ich sitze an meinem Schreibtisch und nehme für euch einen Podcast auf. Aber natürlich arbeite ich auch heute noch sehr, sehr viel mit Hunden. Das heißt, der Klicker begleitet mich mittlerweile seit 2001. Und im Laufe dieser Jahre hat sich das Ganze sehr viel weiterentwickelt. Ich persönlich habe nie anders gearbeitet. Ich habe immer versucht, irgendwie diese Verhaltensweisen, die ich haben wollte, durch Leckerlis und eben den Klicker zu verstärken. Natürlich habe ich am Anfang nicht wirklich gewusst, was ich tat. Ich weiß noch, mein Senni, als ich den aus dem Tierheim geholt hatte, der ist mir dann, weil ich das geklickt habe, immer zu fremden Menschen hingerannt. Senni war sehr freundlich, war sehr auf mich geprägt oder fixiert. Aber ich habe einfach zu spät geklickt und dann ist er immer zu jedem Menschen hingerannt, weil dafür gab es ja Klick und Leckerli. Heutzutage weiß ich ganz genau, wie das funktioniert und wie das strukturiert ist. Meine Lehrerin ist, war und ist Frau Dr. Ute Blaschke-Berthold. Mit ihr habe ich ganz, ganz viel lernen können. Ich habe bei ihr die Trainerausbildung absolviert. Und ich bilde mich auch immer noch bei ihr weiter. Natürlich gucke ich gerne über den Tellerrand, aber mein Tellerrand bleibt beim positiven Training, beim bedürfnisorientierten, positiven Training. Das ist mir ganz wichtig. Ich gucke nicht so weit über den Tellerrand, dass ich mein Geld für Methoden ausgebe, die ich einfach definitiv nicht unterstütze. Und ich unterstütze eben alles, was nett und freundlich mit dem Hund umgeht. Da gucke ich gerne mal rein, kann mir vielleicht was mitnehmen. Ich mache sehr gerne und sehr viele Weiterbildungen. Dieses Jahr bin ich fast fertig mit meiner Weiterbildung zum Welpen- und Junghunde-Coach. Und im ganzen Jahr 2023 läuft die Weiterbildung zum Thema Aggressionsverhalten. Die startete im Februar und ich konnte schon so viel mitnehmen. Oder ich glaube, sie startete im März. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, aber ich konnte bisher schon sehr, sehr viel mitnehmen. Mein Herz liegt einfach daran, das Training mit einer Hundegruppe und auch mit einem einzelnen Hund immer weiter zu strukturieren. Und immer zu verbessern, anzupassen, auch das, was mit einem Hund funktioniert, anzupassen, sodass es mit einer Hundegruppe funktioniert, dass es schnell funktioniert, wenn wir als Dogwalker unterwegs sind. Denn in den meisten Fällen haben wir die Hunde nicht so lange wie unsere eigenen. Und das ist mir ein Anliegen, das ist mein Ziel. Meine große Vision ist ein Netzwerk von vielen, vielen bedürfnisorientiert arbeitenden HundebetreuerInnen in ganz Deutschland, am liebsten in ganz Europa, zumindest im deutschsprachigen Europa. Denn das fehlt überall noch, fast überall. Und viele müssen dann doch auf Private zurückgreifen und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber schlimm finde ich es, wenn auf Hundebetreuung zurückgegriffen wird, wo man definitiv weiß, dass nicht so gearbeitet wird, wie ich das gerne hätte. Wie sieht das denn aus? Wie möchte ich denn, dass mit den Hunden umgegangen wird? Was bedeutet bedürfnisorientiertes Hundetraining oder bedürfnisorientierte Hundebetreuung? Zuerst einmal geht es um die ganze Denkweise. Wie gehe ich damit um, wenn Hunde Verhalten zeigen? Wie agiere ich mit meinen Hunden? Wie behandle ich meine Hunde? Alle Hunde, die ich betreue und auch meine eigenen Hunde, werden am Brustgeschirr geführt. Und wenn sie ein Halsband umhaben, ist das nur, weil ich weiß, dass dieser Hund zu 99% nicht an die Leine muss. Ansonsten trägt bei mir jeder Hund ein Brustgeschirr. Mein alter Hund läuft meistens im Sommer nur mit seinem Zeckenheizband durch die Gegend. Sobald wir im Urlaub sind oder ich weiß, hier muss er an die Leine, trägt auch er ein Brustgeschirr. Das heißt, für mich ist es einfach so, ich kann am Halsband so viel verletzen am Hund. Ich kann so viel kaputt machen, dass ein gut sitzendes Brustgeschirr für mich sehr, sehr wichtig ist. Und dann natürlich auch, wie gehe ich dann aber damit um, wenn ich den Hund an der Leine habe? Wie arbeite ich mit dem Hund? Wie trainiere ich mit dem Hund? Wie gehe ich mit der Hundegruppe um? Und wo liegt mein Denken oder wie denke ich? Denke ich, okay, ich muss jedes Verhalten, was ich nicht gut finde, sofort aversiv unterbrechen? Oder liegt eben mein Fokus auf den positiven Verhaltensweisen? Das heißt, auf den Verhaltensweisen, die ich verstärken möchte und widme ich mich diesen und verhindere durch Management unerwünschtes Verhalten. Wer jetzt sagt, oh, da schreiten die sich ja um Ressourcen. Ja, natürlich kann das passieren. Am meisten, wenn ich meine Trainingstechnik ändere. Aber meine Hunde sind insgesamt betrachtet sehr friedlich miteinander. Das heißt, sie sind insgesamt betrachtet sehr harmonisch. Natürlich kommt es auch in meinen Hundegruppen immer wieder zu kleineren Schreitigkeiten. Ich werde in diesem Podcast immer wieder darüber erzählen, was ich mit meinen Hunden mache, was ich für Hunde dabei habe und wie ich mit diesen Hunden arbeite, damit ihr das eben auch auf eure Hundegruppe übertragen könnt. Und ich verzichte auf aversive Mittel. Das heißt, ich führe keine Wurfkette mit mir rum, keine Wasserflasche. Ich werfe nicht mit der Leine nach dem Hund. Ich kneife die Hunde nicht. Ich blocke die Hunde nicht. Das heißt, ich gehe nicht in die Hunde rein. Hundein oder dergleichen, das gibt es bei mir alles nicht. Denn ich möchte, dass sich die Hunde wohlfühlen. Ich möchte, dass die Hunde gerne zu mir kommen und auch gerne zu mir kommen, weil sie eben so behandelt werden, wie sie behandelt werden. Ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was der einzelne Hund braucht und wie ich das in eine Hundegruppe integrieren kann. Ich bringe allen meinen Hunden, meinen eigenen und dem Betreuungshund sehr viele Signale bei. Und ich werde mit euch über viele Signale sprechen, warum ich das mache, warum ich das als sinnvoll erachte und warum ich nicht sage, oh, das kann ich mir nicht merken. Es sind ja so viele Signale. Ja, ich brauche nicht für 10 Hunde 10 verschiedene Markersignale. Wir werden darüber sprechen. Aber es kann schon sinnvoll sein, dass ich 10 verschiedene Markersignale habe, die aber für meine komplette Hundegruppe immer das Gleiche bedeuten. Was das ist und wie das funktioniert, das kommt in einer späteren Podcast-Folge. Aber das sind so Punkte, die mir wichtig sind. Und mir ist wichtig zu verstehen, wie kommt es denn dazu, dass Hunde unerwünschtes Verhalten zeigen? Oder was könnt ihr tun, damit dieses unerwünschte Verhalten überhaupt gar nicht erst auftritt? Was ist denn alles unerwünschtes Verhalten? Und wie kann ich das in erwünschte Bahnen denken? Natürlich ist mir klar, und ich denke, das ist euch allen klar, dass wir einen Hund nicht wild jagen lassen, dass wir einen Hund nicht andere Hunde attackieren lassen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wenn mein Hund andere Hunde anbellt, ich ihn auf den Rücken drehen muss und mich auf ihn setzen muss, weil das wird natürlich auch in Deutschland noch praktiziert. Es bedeutet auch nicht, dass ich im Endeffekt mit meinem Hund auf die Hundewiese gehen muss, wenn mein Hund Probleme hat mit Artgenossen, um ihn zu sozialisieren. Oder ich lasse meinen Hund mit Maulkorb auf andere Hunde los. Auch das werdet ihr bei mir nicht hören und wenn er mir bei Instagram folgt, auch nicht sehen. Denn ich möchte, dass mein Hund die Möglichkeit hat, und auch hier spreche ich wieder für jeden Hund, den ich irgendwie in meiner Obhut habe, Situationen, die irgendwie schwierig sind, die irgendwie belastend sind für ihn. Oder generell, wenn ich einen neuen Hund habe, der Hund muss die Möglichkeit haben, Bewältigungsstrategien zu erlernen und dann kann ich mit dem Hund in immer etwas kleinschrittig schwierigere Situationen reingehen. Das Training ist aber nur eine Säule und ihr werdet merken, es gibt noch mehr Säulen, worüber wir uns peu a peu unterhalten werden. Denn nicht nur das Training ist wichtig, sondern auch alles drumherum. Das ist der sogenannte Hintergrundstress, die Lebensbedingungen eines Hundes. Sie sind wichtig für den Erfolg. Mir ist es wichtig, doppelt wichtig, aber ist egal, dass ihr eurem Hund eine Chance gebt, dass ihr nicht sofort aufgebt, dass ihr mutig seid und auch mit Hunden trainiert, wo ihr sagt, Boah, dieser Hund ist doch untrainierbar. Odi, glaube ich, viele würden denken, dieser Hund ist sowas von untrainierbar. Und ja, er ist schwierig oder einfach speziell, weil schwierig, es gibt bestimmt schwierigere Hunde als ihn. Er ist einfach speziell, wenn man sich aber auf ihn einlässt und ein bisschen was mit ihm trainiert, so wie er eben ist, dann kann man auch so einen Hund, der eben speziell ist, gut trainieren. Ja, ich nehme für dich diesen Podcast auf. Es wird Folgen geben, wo ich nur alleine spreche und ich werde Interviews für dich machen. Ich werde Live-Videos bei Instagram zu einem Podcast umfunktionieren, damit ihr eben davon auch was habt. Und wenn du einen Themenvorschlag hast, wenn du etwas hast, worüber ich gerne sprechen soll, dann sag mir Bescheid und ich mache das sehr, sehr gerne. Es wird hier ganz viel darum gehen, was ist denn überhaupt bedürfnisorientierte Hundebetreuung, was bedeutet das, wie gehe ich mit meinen Hundegruppen um, wie kann ich auch schwierige Situationen wirklich gut managen und natürlich auch das Thema der Hundebetreuung, wie baut man sich eine erfolgreiche Selbstständigkeit auf als Dogwalker oder als Hundebetreuerin. Das ist ja unabhängig davon, was du machen möchtest in dem Bereich. Das ist mir ein wichtiges Thema, denn es gibt einfach in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, überall noch viel zu wenig Hundebetreuung, die über positive Verstärkung und natürlich nicht rein über positive Verstärkung, aber hauptsächlich über positive Verstärkung arbeiten und die auf aversive Methoden verzichten. Ich habe gedacht, die erste Folge wird ein bisschen kontrovers, damit ihr eben Spaß habt und reinhört. Die Folgen werden mal länger oder kürzer. Lasst euch also überraschen. Ich freue mich auf euch und ich danke euch jetzt schon mal, dass ihr in meinen Podcast reingehört habt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches Neu-Euro-Produkt Traumjob Dogwalker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!